Heute schauen wir uns jetzt die letzten beiden Episoden an, beide in Spielfilmlänge, wie sie es von Edgar Reitz gewohnt sind, in der neu restaurierten Fassung, die wirklich ganz besonders ist. Und ja, nicht nur das, sondern heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich sie spielt eine der großen Rollen, die man nicht vergisst, wenn man die zweite Heimat geschaut hat. Sie war das Schnüsschen, sie ist eine echte Frankfurterin. Begrüßen Sie Anke Sebenig, herzlich willkommen. Hallo liebe Anke. Hallo Urs. Ja, du bist frisch aus dem Urlaub zurück, diese Version, diese restaurierte, die hast du auch schon mal gesehen bei der Premiere, ne? Ja, ich war in München bei der Premiere, da haben wir aber auch nur immer, ich glaube auch die letzten beiden Folgen gesehen. Das war schon witzig, neben Henry Arnold zu sitzen, wir beide waren über 30 Jahre älter geworden, haben uns in 30 Jahre jünger gesehen und haben uns immer noch gut vertragen. Und die Fassung ist ja der Wahnsinn, also wie die Farben und das Schwarz-Weiß jetzt aussehen, das ist ja echt nochmal ein Quantensprung gewesen. Ja, und es ist auch digitalisiert und das ist, glaube ich, auch ziemlich nicht zu übersehen, weil damit ist es haltbarer geworden, als wenn es auch Filmmaterial ist. Ich freue mich total, dass du da bist, dass wir heute nach diesen beiden Folgen sprechen können. Jetzt ist eine deiner Lieblingsfolgen dran. Magst du uns einen kurzen Satz sagen, warum diese Folge so besonders ist für dich? Ach, das sind herrliche Szenen mit Schnitzchen, ich verrate jetzt nichts vor, aber das sind echt herrliche Szenen, finde ich, die ich gern gedreht habe. Und man sieht auch, dass wir im Laufe des Films immer mehr in die Rollen reinkommen, finde ich. Also wir werden immer mehr die Figuren und das ist dann natürlich am Ende besonders fein. Wir werden uns überraschen lassen, ich kann wirklich versprechen, es sind richtig tolle Szenen dabei und schon mal herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, und die ganzen Haschwolken, die jetzt kommen, sind auch schön. Schön, dass du da bist, Applaus und viel Spaß bei der zwölften Folge von der zweiten Heimat. Ja, du hast gerade eben gesagt, du hast jetzt nochmal mit angeschaut, was waren deine Gedanken zu dieser Folge? Ist an. Ist an? Ja. Ist an. Ich finde sie da verblüffend zeitgemäß. Mir kommen so Vergleiche zu der Situation heute, gerade was die ganze Umbruchssituation betrifft, die studentischen Ideen, die Frage zwischen Kunst oder Freiheit oder Freiheit oder Ideologie. Inwieweit sind künstlerische Entscheidungen frei und inwieweit haben künstlerische Entscheidungen einer bestimmten momentan herrschenden Ideologie zufolge. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Außerdem finde ich es witzig, mir gefällt viele, viele Szenen finde ich einfach, nicht um sie mir irgendwie zuzuschreiben, sondern ich mag die Verstrickung, ich mag so kleine Details im Bild, die man, wenn man es öfter gesehen hat, dann natürlich sieht. Ich finde ja sowieso auch, das ist so eine Liebe zum Detail, die sich fast in jeder Szene widerspiegelt. Das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt, alleine in dieser Wohnung, wenn man sich da mal umschaut, wo deine Figur mit dem Hermann zusammenlebt. Also wenn ich sage, in dieser Wohnung gab es Schubladen und die hat man aufgezogen und die Schubladen, in denen war Besteck drin. Und man hat es nie gesehen. Und das ist eigentlich sehr unüblich für Filme, weil das alles, was man nicht sieht, ist egal. Also es ist ja eine Ausgestattung gewesen. Genau. Ja, jetzt natürlich sehr prägnant für dich ist die Hörsaalszene, die wir erleben. Magst du uns da ein bisschen Einblick geben? Das wirkt ja schon fast dokumentarisch. Wie ist das denn entstanden, dass das so eine Wucht entwickelt, so eine Energie hat? Weißt du das noch? Weißt du, dass ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe? Ich habe die einfach gespielt. Ich habe die einfach gespielt und manchmal passieren beim Spielen während des Spielens Dinge, die man nicht vorher planen kann. Und da ist Edgar ein gut genuger schauspielführender Regisseur dafür, um das laufen zu lassen. Also, dass ich mich zum Beispiel immer umgedreht habe zwischen Mikrofon und Publikum, das ist einfach, es passiert. Improvisiert? Das finde ich, nee, das ist nicht improvisiert. Das ist schon das Wesen von Schauspielerei. Das Wesen von Schauspielerei ist, glaube ich, in gewissen Momenten die Impulse zu hören, die man in sich drin hat und denen nachzugeben. Das hört jetzt so akademisch an, aber das ist, ich meine, ich nenne es einfach Flow. Und das ist gegenseitiges Vertrauen vermutlich, weil das kannst du auch nicht mit jedem machen, nehme ich mal an. Also, weil der Regisseur muss sich ja quasi darauf einlassen und du musst das Gefühl haben, ich darf das machen und ich darf das ausreizen. Also, es gibt Regisseure, die lassen einem viel Freiheit und dazu gehört Edgar und wir haben uns da ja schon lange gekannt. Und es gibt Regisseure, manchmal sind es auch Kameraleute, die schreiben einem auf einen Millimeter genau vor, wenn du den Kopf hier so ein Stückchen drehst, dann hast du einen Nasenschatten. Und das engt natürlich das Leben, was ich in mir drin habe als Schauspielerin, sehr ein. Da wird die Darstellung oft in einem engen, engen Rahmen gedrückt. Und dann gab es noch was ganz anderes, weil ich will ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Die Kommilitonin, mit der ich da bin, das ist die Mutter von Henry Arnold's Kind, das ist die Gabi Drechsel. Und die Gabi Drechsel, wir kannten uns natürlich auch schon so, und die Gabi Drechsel sitzt morgens in der Maske und sagt zu mir, ach Anke, jetzt dreh ich endlich mit euch und dann habe ich lauter Pickel im Gesicht, ist das nicht furchtbar? Aber ja, die Pickeln waren keine Pickel, das waren Windpocken gewesen. Und Gabi Drechsel hatte Windpocken. Und zwar hat das Kind von den beiden Windpocken gekriegt, sie hatte sie noch nicht gehabt oder war nicht geimpft. Und hinterher war so ein bisschen die Frage im Team, wer hat schon alles Windpocken gehabt? Oh weia, ist auch gefährlich bei so einer Produktion. Also ich will nicht alleine mit dir reden, das heißt, wenn sie jetzt auch schon direkt ein paar Fragen haben an Anke, zu dieser Folge, die sie gerade gesehen haben, oder auch zu den vorangegangenen, dann können sie natürlich gerne auch schon mal eine Frage stellen. Aber ich kann auch weitermachen, das freut mich sehr. Das Schnüsschen ist ja das Bindeglied so ein bisschen, auch zwischen den zwei Welten, in der die Hauptfigur steht. Deine Figur kommt aus dem Hunsrück und auch, ich finde ganz wichtig, Sprache. Er hat am Anfang sich das ja mühsam abtrainiert, dass er da diesen Dialekt spricht. Deine Figur zieht es durch. Und jetzt finde ich aber erstmal spannend, wie hast du das denn geschafft? Die Hunsrücker sind ja sehr eigen. Dass das von außen jemand, du bist ja jetzt keine Hunsrückerin, dann diesen Dialekt sich so drauf schafft, dass das auch wirklich zum Publikumsliebling annoncierte. Also der Henry und ich, wir sind in den Hunsrück verfrachtet worden, für bestimmt einen Monat, aufs platte Dorf. Und dann hat er bei das nächste Dorf schon wieder ein bisschen anders gesprochen. Und wenn wir uns dann den Text so drauf geschafft hatten, dann wurde der abgehört vom, was weiß ich, von allen, die sich dazu berufen fühlten. Und dann ging es im nächsten Dorf schon wieder runter. Das heißt nicht, da oder da. Und so war dann, ich glaube, ein kleiner Dialektkrieg im Hunsrück losgegangen. Aber wir haben ja dann in München gedreht und Henry und ich haben dann eigentlich das gesprochen. Auch es ist natürlich eingedeutscht und dass man es verstehen kann. Ja stimmt, ich habe auch schon erlebt, dass ich es nicht mehr ganz verstehe. Also nicht im Film, sondern wenn man dann dort wirklich hinfällt. Wie war das denn aber auch, also dieses Gefühl im Film als Einzige quasi in diesem Kosmos dann wirklich mit einem Dialekt zu sprechen? Ich stelle mir das als Spielende auch irgendwie besonders vor. Du hast da ja schon einen besonderen Einfluss dadurch auf das, was da passiert. Also wenn du sowas drehst, dann siehst du es ja nicht von außen. Also während der Drehzeiten, die ziemlich lang waren, bist du ein Teil des Ganzen und steckst drin und steckst drin in dem ganzen Prozess. Und ich habe diese Rolle des Schnüsschens, ich habe das immer die beste Rolle im ganzen Film gefunden, ganz ehrlich. Ich wollte überhaupt nie was anderes spielen, aber dann gab es dann schon so Sachen, dass zum Beispiel die Helga, die Noemi sagt, Mann, du bist ja die Dummste im ganzen Film und so weiter. Also das gab schon so Sachen, wo ich dann eigentlich so gezweifelt habe, aber wo ich dann gedacht habe, nee, man muss seinen Figuren treu bleiben. Also das finde ich auch bis heute noch. Man muss als Schauspieler, man darf seine eigenen Figuren, man darf die lustig zeigen, aber man darf sie nicht denunzieren. Und insofern hat sich da nichts dran geändert. Ich mag das Schnüsschen nach wie vor. Ja, das ist toll, weil ich finde halt auch, es ist ja sonst, ich meine, ein normaler Dreh sind vielleicht maximal sechs Wochen, so wie man sich in eine Figur dann reinbegibt. Edgar, der zählt fünf Jahre. Ja, also das ist ja dann schon auch eine sehr krasse Entscheidung, die man trifft. Womit? Naja, sich auf so einen langen Zeitraum einzulassen. Ach, weißt du jetzt ganz ehrlich, als Schauspieler kriegst du selten so große Chancen. Da ist das keine krasse Entscheidung, da freust du dich, dass du dabei bist. Ich habe zu Hause die Dispo vom 500. Drehtag. Also es sind weit über 500 Drehtage gewesen und am 500. haben wir dann hinterher gefeiert. Das war natürlich nicht nur konfliktfrei. Man hat sich auch herzlich in die Haare gekriegt und so weiter und ist sich auf die Nerven gegangen. Aber wir waren ja auch nicht die ganze Zeit beieinander, sondern es gab dazwischen wieder Blöcke, wo Edgar quasi das Material, was wir gedreht haben, gesichtet haben, hat vielleicht auch zur Inspiration und dann weitergeschrieben hat. Und das Weiterschreiben hat auch eine ziemlich lange Zeit, sobald ich mich in Sinne, in Anspruch genommen. Genau, da hat er auch von erzählt gehabt. Wir reden auch gleich dann nach dem nächsten Film auf jeden Fall weiter. Diesbezüglich gibt es denn noch Fragen von Ihrer Seite ansonsten oder Kommentare? Ja, ich komme zu Ihnen mit dem Mikro. Mich interessiert das mit dem Dialekt Erlernen. Man geht in einen Dorf für einen Monat, aber wie geht das dann? Geht man einfach auf die Menschen los und spricht mit denen? Oder wie geht das? Also ich war in so einer Pension, also naja, das war eine Frau, die ein Haus hatte und die hat Fremdenzimmer vermietet und da war ich untergebracht und die hat den Auftrag gehabt, dass sie mit mir hundsrückerisch sprechen soll. Und immer wenn ich ein Wort sagte, hat sie mich verbessert. Ich habe aber auch schon gezielt die Texte, die ich habe, die habe ich gezielt gelernt. Also ich lerne jetzt, ich kann jetzt nicht das, ich kann nicht komplett hundsrückerisch, ich kann halt die Sätze, die ich sprechen werde. So ist es mit jedem Dialekt. Also wenn ich für ein, ich habe mal Niederhochdeutsch für einen anderen Film gelernt, da habe ich also auch wirklich nur meine Phrasen gelernt. Aber mit Prosodie und mit Satzmelodie und allem. Ich schwere, du hundsrückes, lebe lebt doch nicht mehr los. Ja, das ist der perfekte Satz, würde ich sagen. Das ist das Schnüsschen, ne? Wir haben auch die Hochzeit gesehen, das war glaube ich die achte Folge und da finde ich es ja ganz großartig, wenn dann auch der Besuch aus dem Mond zurück dann dazukommt und dann eben auf diese Welt stößt. Die Einzige, die da ja wirklich versucht, einen Weg zu finden, das ist das Schnüsschen, da mit klar zu kommen und nicht so einfach nur fremdelt und dann auch zu studieren beginnt. Und das ist ja schon auch eine sehr, sehr, Salome hat gesagt, Edgar ist sogar aus ihrer Sicht ein feministischer Filmemacher. Es ist schon auch ein sehr, sehr spannender Weg, denn dieses Schnüsschen geht. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Die geht ihren Weg und am Schluss, in der dritten Heimat, habe ich nochmal einen Gastauftritt, da ist Schnüsschen dann Psychologin. Also sie schafft es, geht ihren Weg und ich finde in ihrer ganz eigenen, unkomplizierten oder unvertrehten direkten Art. Also das finde ich, das hat sich so etwas Ländliches bewahrt. So irgendwie Ärmel hoch und machen. Ärmel hoch und machen ist das Stichwort, wir machen jetzt Pause und dann geht es mit der letzten Folge weiter und wir bedanken uns schon mal bei Anke und nachher bist du auch nochmal da. Großen Applaus. Danke, Sieben, ich. Ja, lass uns hinsetzen. Jetzt ist er angekommen wieder. Im Mund zurück. Also das ist so ein merkwürdig berührender Moment. Also mir sind fast eben die Tränen wiedergekommen, auch wenn man es weiß und zum x-ten Mal gesehen hat. Wie geht es dir? Ja, das Einfache vom Schluss ist schön. Das Einfache vom Schluss ist schon eine Lösung. Oder ein großer Bogen. Stimmt. Du hast ja selbst jetzt vieles miterlebt. Wir haben jetzt gerade in diesem Film gesehen, da ist so viel Poesie drin und so viel Geisterhaftigkeit. Und also ich habe irgendwie das Gefühl, Edgar ist der deutsche Fellini. so, wenn man ihn da so sieht in seiner Inszenierung und jedes Bild durchdacht in seiner Vielschichtigkeit und Traum- und Albtraumhaftigkeit. Ging dir das schon beim Drehen so, dass du gemerkt hast, da ist irgendwas ganz anders als sonst? Nein, das ging mir beim Drehen nicht so. Also ich kann sagen, wenn ich es gucke, dann kann ich so sehen, was Film alles kann. Was Film für unglaubliche, großartige, überlegene Möglichkeiten hat als Medium. Also eben zwischen Traum und Realität zu changieren, in Details sich wiederzufinden und so. Das finde ich schon sehr großartig, um deine Frage zu beantworten. Beim Drehen ist mir das nicht aufgefallen. Nein. Beim Drehen bist du als Schauspieler mit deiner Figur beschäftigt, mit deiner Rolle, mit dem, was deine Rolle für ein Innenleben hat. Das, was außenrum passiert, das sehe ich dann später auf der Leinwand. Also so Sachen, die ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel ganz großartig finde, ist, wenn irgendein Aufgang oder ein Abgang ist, dass in dem noch was passiert, dass plötzlich ein Pferd daneben dem Zirkus herrennt. Da kommt nochmal völlig unsinnig ein Pferd. Das wäre heute bei heutigen Produktionsmöglichkeiten gar nicht möglich, weil so ein Pferd kostet. Dann sagt dann irgendeiner, der verantwortlich ist für das Geld, ja, das Pferd, das kostet, das macht dramaturgisch keinen Sinn. Warum muss es ein Pferd sein? Oder warum muss da am Abgang von Folge 12, wo Henry aus der Fabriketage geht, warum muss da noch eine ganze Motorradgang vorbeifahren? Ja, geil. Weil es einfach echt geil ist, wenn da noch eine Motorradgang kommt. Also das ist das, was es zum Film macht. Was eben dann Film ist, im Unterschied vielleicht von Fernsehen. Es ist ein Kunstwerk, wirklich durch und durch, das kann man so sagen. Ich finde es aber insofern ganz spannend, weil du sagst, beim Drehen hast du das vielleicht ein bisschen auch ausgeblendet. Sandra Hüller hat mir mal verraten, sie versteht das Schauspielen als ganz klares Handwerk. Siehst du das auch so? Ist das ein fast technischer Vorgang für dich? Nein, überhaupt nicht. Bin ich gar nicht dabei. Für mich ist das natürlich, braucht es das Handwerk unbedingt. Es braucht das Handwerk, aber es braucht auch alle anderen Sinne, die braucht es auch. Es braucht auch das Tier, es braucht auch den Geist, der durch den Raum fliegt oder sonstige Dinge. Es braucht offene Ohren, offene Augen, offene Sinne. Also da bin ich nicht bei Sandra, nein. Fällig in Ordnung. Wie bist du denn überhaupt zum ersten Mal mit Edgar in Kontakt gekommen? Wie hast du von diesem … Noch was Schönes? Und wenn man Glück hat, das ist nämlich das Schöne am Film und all das, was ich meine, zusammenkommt, dann hat es die Kamera im Kasten und dann hat man es für alle Zeit. Das ist schon auch wieder ein großartiger Moment. Das ist fast unbezahlbar, weil man muss es im Gegensatz zu Theater sich nicht immer wieder hochholen. 30 Jahre her und es wirkt immer noch, wie wenn es gestern wäre. Ja. Nee, genau, aber die Frage, die natürlich sich aufdringt, du hast gesagt vorhin, ja, ihr kanntet euch schon eine ganze Weile, dann war sowas möglich wie in der Szene im Hörsaal. Wann war denn dieses erste Mal? Erinnerst du dich an diese erste Begegnung? Das war ein Casting. Das war ein Casting. Ich habe nach der Schauspielschule habe ich gleich mal die Chance gehabt, beim Südwestfunk ein Fernsehspiel zu drehen und habe dann angefangen, am Theater zu arbeiten. Also ich habe gleich Drehen und Theater gleichzeitig gemacht. Beim Alexander May, Konsulantenschule, war mein Intendant. Ich wäre es mein Intendant am Hannoverschen Staatstheater, unter dessen, naja, unter dessen Oberaufsicht ich damals engagiert war, das war Konsulantenschuh gewesen und es war sehr schön, sich da zu sehen. Und es gab ein Casting, nachdem ich am Theater gekündigt hatte, ich habe vier Jahre Theater gespielt, dann habe ich ein großes Spielfilmangebot gekriegt. Der Alexander May hat mich vorher auch schon immer mal wieder drehen lassen, obwohl das zu der Zeit noch völlig verpönt war. Da sagt man am Theater, man ist am Theater, aber man dreht nicht. Und da hat er mich immer mal drehen lassen und als dann das Spielfilmangebot kam, was ich leidenschaftlich gern machen wollte, dann hat er gesagt, Liebes, Liebes, das kann ich dir nicht erlauben, du kannst nicht alles machen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Und dann habe ich am Theater gekündigt, für diesen Spielfilm. Und am Theater haben alle Kollegen, inklusive mir, gedacht, ich mache jetzt internationale Karriere und nehme einen Riesenfilm. Und dieser Film ist total gefloppt. Und dann habe ich, nachdem ich gekündigt habe, zwar einen großen Film gemacht, der kein Erfolg war, so etwas gibt es auch. Und stand dann eigentlich, ich fand, vom Nichts. Und habe in meiner Verzweiflung Krieg und Frieden gelesen. Und dann kam die Castinganfrage aus München zu einem Casting, wobei mir Edgar Reitz was sagte, weil ich hatte das goldene Ding. Oder heißt das das goldene Ding oder das goldene Vlies? Vlies meine ich, ja. Gesehen. Und dann bin ich nach München gefahren und zum Casting. Mir kam entgegen, dass sie Schauspieler suchten, die im mitteldeutschen Dialekt hier aus der Region sprechen. Ich habe halt Hessisch gesprochen. Und dann haben wir ein Casting gemacht und ich hatte einen guten Tag. Ich hatte einen echt guten Tag. Da will ich ein bisschen mehr wissen. Also wie, weil ich meine auch aus Edgars Sicht, das ist ja klar, das Schnüsschen ist eine der ganz wichtigen Rollen für diesen Film. Was wollte er von dir da sehen, hören, wie musstest du dich vorbereiten oder geschah das vor Ort? Lass uns mal da so einen Blick nehmen. Das war ganz interessant. Also ich bin mit einer vorgelernten Szene gekommen und die hat große Heiterkeit ausgelöst. Das war schon mal gut. Und dann hat Edgar aber mit mir geredet oder mit allen anderen. Ich habe also verschiedene Herrmännchen auch als Partner gehabt und hat mit denen gesprochen und dann ist er hochgegangen in sein Zimmer und hat eine neue Szene geschrieben. Und so ist glaube ich auch seine Arbeitsweise. Er guckt sich die Menschen an, er spürt, wo es da lang geht. Und dann hat er eine neue Szene gehabt. Dann sind wir im Garten von seinem Haus rumgelaufen und haben die Szene gelernt und eine Viertelstunde später haben wir sie gespielt. Bei ihm zu Hause? Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und das habe ich einen Tag lang gemacht und am nächsten Tag war ich wieder zum Casting bestellt und dann bin ich auf dem Weg da in die, ich sage jetzt keinen Straßennamen, aber bin ich auf dem Weg da hingewiesen und da hält neben mir ein Auto an und da sitzt Edgar drin und dann sagt er, Angehör mal, setz dich doch mal rein. Wir sind alle der Meinung, dass du sehr gut für die Rolle bist. und würdest du da bleiben und die anderen Herrmännchen anspielen. Also da war Henry noch nicht der ausgesuchte Herrmann, sondern ich glaube mit drei verschiedenen, wobei es natürlich an die Herrmännchen gehobene Ansprüche gab, weil die mussten so gut Klavier spielen können, wie Henry im Original in dem Film Klavier spielt. Also das waren alles, ich glaube hauptberuflich Schauspieler, aber großartige Pianisten, das ist vielleicht übertrieben, aber ganz, ganz versierte Klavierspieler. Dieses Konstellationscasting, das ist ja etwas, was es oft gibt, aber ich habe es selten jetzt mal so gehört, wie du jetzt sagst, dass da halt ganz viele Herrmännchen hier sozusagen vorgesetzt wurden. Wie geht man denn damit um? Und mal ganz blöd gefragt, wie verändert sich das denn da? Also spielst du dann auch anders, wenn dein Gegenüber ein anderer ist? Das ist für mich dann einfacher gewesen. Ich war ja schon safe in dem Moment. Ich war ja in dem Moment schon eigentlich auf einem schönen, satten Boden angekommen und ich denke, es war für die Herrmännchen eine wesentlich schwierigere Situation zu wissen. Da sind noch zwei andere im Rennen. Und es ging auch um die. Aber noch was zu Schauspielerei? Schauspielerei ist zuhören und antworten. Und wenn du dann ansprichst, dann kannst du das noch viel leichter machen. Manchmal wünsche ich mir, dass ich im On so normal, so unangestrengt und so relaxed bin, wie ich es im Off bin. Ist das verständlich? Kann man das nachvollziehen? Was muss denn dafür passieren? Ohne mich selbst endlich. Ja, der Startdarstellungsville muss ein bisschen nachlassen, denke ich mir. Das finde ich dann immer sehr, ich mag also Schauspielerei dann immer wahnsinnig gern, wenn sie unmittelbar ist. Und das ist nicht vorsätzlich. Passiert. Ja. Edgar war vor einer Woche hier und hat erzählt, gerade in Bezug auf zum Beispiel diese Hochzeitsfeier, die ja ganz grandios und virtuos inszeniert ist, die geht ganz lange, ist es eine Plansequenz mit langen Fahrten, es passiert im Vorder-, Hinter- und Mittelgrund immer überall etwas, 30, 40 Leute. Und da hat er vor allem erzählt, das fand ich spannend, dass es für ihn fast wichtiger war, mit den SchauspielerInnen zu reden darüber, was im Off mit denen los ist. Bevor die dann wieder ins On treten, weil sonst ist da so ein Bruch. Hast du solche Erfahrungen auch? Hast du da Erinnerungen dran? Also das ist ein ganz klar Anschlüsse-Spiel, ne? Das heißt, ich muss quasi auf derselben Temperatur weitermachen, die zum Bild hinter mir passt und ins Bild vor mir weist. Und da wir ja noch alle sehr junge, unerfahrene Schauspieler waren, ist das schon eine Kunst. Edgar war oder ist in Sachen Schauspielerregie ganz, ganz großartig, weil Edgar räumt den Schauspieler in einen ganz, ganz großen Raum ein. Also ich habe Szenen gehabt, wenn es Edgar gefallen hat, dann hat er immer gemacht, dann ist er auf seinen Stuhl hochgekrabbelt, dann wieder runtergekrabbelt, dann wieder hochgekrabbelt und dann hat er immer das heißt, es war für den Ton ziemlich schwierig, wenn er machte, weil dann fand er es gut, aber wenn ich hörte während des Drehens, dann dachte ich, okay, da kann es weiter, weitergehen in die Richtung. Und er hat auch, was jetzt ganz, ganz selten ist beim Drehen, das wären wir dann bei der Technik, er hat uns jeden Raum, und damit war nicht wörtlich den Raum, also wenn wir außerhalb der Magen gelaufen sind oder irgendwas anders gemacht haben, weil es uns in dem Moment richtig schien, dann hat er dem dem Vorzug gegeben. Dann muss dann also die Kameramänner, ob das nun Gernot, Gérard oder Christian waren, die mussten das in Fokus kriegen und auch der Ton musste es geangelt kriegen. Heute ist es umgekehrt, dann nimmt der Kameramann das Auge vom Okular und sagt, die ist außerhalb vom Fokus. Kam dann erst wieder mit dem improvisierten Film, wo es dann dokumentarisch auch kam. Genau, da ist es dann wieder umgekehrt. Und wenn ich so drauf gucke, denke ich auch, da sind auch viele Sachen dabei, die improvisiert sind im Film, wobei ich denke, das ist natürlich ein Geschenk, was man als Regisseur nutzen kann. In dem Zusammenhang auch die Frage, habt ihr denn viel geprobt vor den Szenen oder wie ist Edgar da vorgegangen? Ging es da direkt ins kalte Wasser, erster Take, oder ging da zuerst mal so ein bisschen was ohne Kamera los? Nee, es gab Proben. Es gab jetzt keine langen und closed Proben oder so irgendwas, aber es gab Proben. Er hat immer ausführlich mit den Schauspielern geredet. Wenn du jetzt diesen langen Abspann siehst und all diese Namen, ihr habt fünf Jahre an diesem Projekt gearbeitet, wobei deine Rolle ein bisschen später eingestiegen ist, aber trotzdem einige Jahre. Da sind wahrscheinlich unfassbar viele Erinnerungen, Freundschaften, Begegnungen passiert, die wahrscheinlich bleibender sind als bei normalen, nenne ich es jetzt mal, Filmprojekten. Wie ist das denn dann tatsächlich weitergegangen? Hat dich das noch weiter verfolgt? Ist das auch erstmal eine Zeit lang eine Art Filmfamilie geblieben? Also Filmfamilie ist schon ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das war ja auch auf der anderen Seite ganz oft eine Konkurrenzsituation. Also es war eine Konkurrenzsituation, wenn ich mich so zurückerinnere, jeder hat für seine Rolle gekämpft, das tun Schauspieler nun mal per se und es waren auch zum Beispiel das Team, die Leute hingen schon eng aufeinander und was ich an dem Beruf liebe, ist ehrlich gesagt, dass man für eine Zeit lang eng zusammen ist und dann sagt, tschüss, das war's. Das finde ich ist ganz, das ist ganz faszinierend. Es ist nicht, wir sind nicht bis ans Lebensende wie in einem, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, in einem angestellten Verhältnis aneinander gebunden, sondern wir können wieder gehen, wir dürfen wieder gehen. Und das war bei diesem Projekt nicht so, weil wir, wir durften nicht wieder gehen. und das war dann auch ganz ehrlich nicht immer, es war nicht immer konfliktlos, aber es gab auch innige Komplizenschaften, sagen wir es so. und ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann so, das ist ein absoluter Erfolg gewesen, das war ein Straßenfeger, wie man so schön sagte, als das dann ausgestrahlt wurde und das Schnüsschen war, wenn man die alten Artikel liest, der große Publikumsliebling. Du warst dann mit dieser Rolle, mit dieser Rolle sehr verbunden, nehme ich mal an, auch oft angesprochen da drauf. Wie bist du denn damit umgegangen? Man muss sagen, zwischen dem letzten Drehtag und der Ausstrahlung lag eine ewig lange Zeit. Also die war so lange, dass ich gesagt habe, für mich einfach ganz, ganz, ganz persönlich erzählt, habe ich gesagt, mir reicht jetzt diese Schauspielerei, mir reicht dieses Subjektive, ich finde und mir gefällt und ich denke, weil das so künstlerische Dinge sind ja immer in der Subjektiven beurteilt, Beurteilung und ich habe in der Zwischenzeit ein Medizinstudium angefangen gehabt, weil da hatte man Physik und bei Physik war dann klar, das Ergebnis stimmt oder stimmt nicht und danach hatte ich eine ziemliche Sehnsucht gehabt. Ich war in dem Moment, wo das rauskam, eigentlich auf einem anderen Planeten. Ich habe gerade Anatomie-Kurs in der Uni gemacht und da kam das raus, da kam der Film raus und war ein, ja, der Erfolg hat mich absolut überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann kam ich so persönlich natürlich ein bisschen in die Zwickmühle zwischen wirklich tollen Drehangeboten und meinem Studium da, was mich absolut auch ausgefüllt hat. Ich fand das total interessant und großartig. Na ja, dann habe ich ein Urlaubssemester genommen, habe mit Heiner Karo gedreht und dann ging es immer so weiter und dann bin ich Schauspielerin geblieben. Gott sei Dank. Wobei du bestimmt auch eine tolle Ärztin geworden bist. Danke. Aber mich würde noch mehr interessieren, dieses Schnüsschen. Also darauf dann ja auch, gerade wenn du Schauspielerin dann geblieben bist, wahrscheinlich immer erst mal festgelegt zu sein, weil jeder das Schnüsschen natürlich im Kopf hatte. Ja. Wie, erzähl uns da mal so ein bisschen, du hast mir vorhin verraten, du hast auch mal ab und an gehadert. Ja, also kurz danach natürlich nicht, aber dann die Jahre später, wo ich dann dachte, jetzt hast du auch wieder andere Rollen gespielt, jetzt hast du andere Sachen gemacht, die eigentlich auch Beachtung finden. Ich erinnere mich an irgendwie einen Talk im WDR, der ganz furchtbar gelaufen ist, weil man mich nur aufs Schnüsschen festgelegt hat und eigentlich außer Schnüsschen gab es überhaupt nichts anderes und da habe ich dann doch eigentlich gedacht, ach, du kannst es nicht mehr hören. Aber das Schnüsschen ist geblieben, das ist hartnäckig geblieben über all die Jahre und es ist sogar verrückt, mich fassen nach ganz langer Zeit noch Menschen wegen des Schnüsschens an, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann habe ich mich mittlerweile, weil ich denke, dieser Film ist ein Klassiker geworden und es ist ein ganz großes Glück, in einem Film dabei gewesen zu sein, auch wenn man das damals nicht bewusst war, der so eine Legende wird. Und dafür bin ich dankbar. Wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür. Du hast dann ganz viel Fernsehen auch gemacht, also viele Tatorte zum Beispiel auch, dich viel ausprobiert, überraschend wenig Kino. Ja. War das eine bewusste Entscheidung? Nein, das ist keine bewusste Entscheidung. Ganz ehrlich, das wählen sich Schauspieler ganz oft nicht so aus, weil das ist falsch behauptet, man macht das, was man angeboten kriegt. Da wählt man aus. Wenn dann großes Kino gekommen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich weiß nicht, ich war jung und noch nicht unter sehr großer Agenturberatung, aber da macht man das, was kommt. Und dann hast du irgendwann dich dafür entschieden, ich möchte auch selbst schreiben. Ja, viel später, viel später. Da sind ganz, ganz lange Jahre dazwischen gewesen, auch lange Jahre wieder mit Theater und allem Möglichen. Und dann habe ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt so, über 50 war ich in dem Alter, wo es dann für Frauen noch weniger Rollen gibt, als es sie überhaupt schon gibt, war ich über 50 und habe gedacht, die Rollen, die mir so angeboten sind, und werden auch gerade im Fernsehen, das sind eigentlich absolute Stanzen, das ist absolut erwartbar. Und dann dachte ich irgendwie, meine Fantasie ist vielfältiger und ist weiterer. Und dann habe ich mich mit Stefan Falk zusammengetan, der auch da oben sitzt. Heute auch hier ist, willkommen. Und wir haben zusammen ein Drehbuch geschrieben, ein Drehbuch für eine Frau über 50 und haben dann für einen Grimme-Preis bekommen. Und seitdem ist das so ein bisschen mein Baby geworden, vielleicht Filme selbst auf die Beine zu stellen oder eigene Geschichten zu erzählen. Und auch den deutschen Drehbuch-Preis. Also bitte mal einen kurzen Zwischenablauf. Ja, den deutschen Drehbuch-Preis. Das ist richtig klasse, in diese Richtung weiterzugehen. Um den Bogen zu spannen, bevor Sie Fragen stellen können, gibt es denn was, wo du sagen würdest, ja, das hilft dir heute noch beim Drehbuch-Schreiben aus der Erfahrung mit Edgar damals? Ich bewundere Edgar mittlerweile sehr, weil ich es auch mittlerweile analytischer sehe und nicht mehr so drinstecke und mit den Jahren Erfahrungen gemacht habe. Und weil ich denke, Edgar hat da so einen umfassenden Sinn, auch mit seinen anderen Filmen, dass ich mich kaum traue, da dran zu messen. Ich schicke ihm, ich habe ihm zum Beispiel das Drehbuch geschickt, wofür wir die Lola gekriegt haben und habe gesagt, hier meister so ungefähr. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn treffe. Wobei das Verhältnis zu ihm von mir ist wie das Verhältnis zum Regisseur zu einer Schauspielerin. Und wer weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt. Genau, du hast schon was Neues auch am Start. Das hast du dann schon angelt. Wahrscheinlich noch nicht erzählbar. Naja, es ist ein gefördertes Drehbuch, von der Hessen Film gefördertes Drehbuch, Film, jetzt mache ich Film, von der Hessen Film gefördertes Drehbuch, was fertig ist und wo wir, oh, da bohren wir ganz dicke Bretter, aber wir bohren sie und vielleicht kommen wir eines Tages hier zusammen. Auf jeden Fall. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, aber jetzt, wie versprochen, würde ich zu Ihnen kommen und mit dem Mikro. Dann von Meistern, hier ist auch die erste Frage. Ist noch ran? Ja, gut. Ich selber bin Musiker und habe die Heimat immer auch sehr als Musiker gesehen. Franke, jetzt erst mal, was du eben gesagt hast, dass die Rolle des Hermann schon in Edgar Reitz' Kopf feststand und er dafür einen Schauspieler gecastet hat. Das ist mir fast unvorstellbar, weil ja gerade noch mehr in den früheren Folgen, der Hermann ja so stark, also wirklich, der muss spielen, als ich das sah, in der ersten Folge, ich dachte, und es ist ja nicht nur er, es ist die, also Salome Kammer, es ist der Gitarrist und sogar, weißt du, wie das ist beim Komponisten der Filmmusik, denn das ist ja wesentlich mehr, unterschiedliche Stile, auch manchmal ganz gezielt, also harte zeitgenössische Musik, damit man merkt, also er kommt damit erst nicht an, gab es schon irgendeinen, in Edgar Reitz, sagen wir mal, kannte der irgendwelche dieser Leute vorher und hat die Ideen in Kenntnis schon von Ausführenden entwickelt, oder ist nur die Idee erst da? Also ich glaube, der hat schon vorher mit dem Nikos Mamongartis, das ist der Filmmusiker, zusammengearbeitet, der auch viele von den Musiken, also der hat alle Musik geschrieben, aber auch vielen von den neuen Stücken geschrieben hat und später dann im Laufe der Zeit, weil das hat sich ja dann weiterentwickelt, das war am Anfang in den ersten Folgen noch nicht so, hat er auch sehr eng mit Salome zusammengearbeitet, der Nikos. Vom Henry Arnold, muss ich sagen, dass ich ihn auch für einen wirklich großartigen Musiker halte, Henry inszeniert Opern und so weiter, der ist ein wirklicher Tausendsasser, also der ist musikalisch so talentiert, wie es rüberkommt, aber die beiden anderen, die ich gekastet habe, der eine hat sich sehr drauf geschafft, das Klavierspielen, das war das Herrmännchen aus der ersten Heimat, der ist dann traurigerweise für ihn persönlich, weil er die ganze Zeit Klavier gelernt hat, nicht geworden ist und der andere ist auch ein ganz, ganz toller Pianist gewesen, also konnte er wirklich gut Pianist spielen, ist aber auch ein guter Schauspieler gewesen. Manchmal gibt er, und Edgar hat nur nach, bei den Musikern, nur nach dieser Doppelkonstellation geguckt, beim Herrmännchen muss es Schauspieler sein, bei der Clarissa nicht, Clarissa ist ja eigentlich eher eine Musikerin, die Salome, und bei den anderen Rollen wie Volker und zum Beispiel die ganzen Musikerrollen, das sind reine Musiker. Sogar die eine Posanistin? Ja, ja, das ist Abby Conant, die war eine ziemlich bekannte Posanistin, die ist nur Posanistin, die ist nicht Schauspielerin. Und woher hat Edgar Reitz selber diesen außerordentlich großen Instinkt für die Musik wenigstens? Oder ist das auch eine Kenntnis? Don't ask me, ich weiß es nicht. Okay, weißt du nicht. Okay, gut. Okay. Da kann ich vielleicht noch sagen, also er hat bei seinen frühen Kurzfilmen auch sich schon mit neuer Musik auseinandergesetzt. Ich meine, Franz Anton Riedl oder so war der erste Komponist von ihm und dann eben Nikos Mamangakis, die da auch schon immer sehr, sehr experimentiert haben, die Kurzfilme kamen nur begrenzt an, aber ja, waren auch in ihrer Zeit ein bisschen voraus. Also aber sonst müsste man ihn selbst fragen wahrscheinlich. Gibt es weitere Fragen oder auch Kommentare jetzt, nachdem die 13 Filme durch sind? Ich muss natürlich auch noch nach deiner Heimat fragen, also gerade dieses, wenn wir jetzt schon hier in Frankfurt sind, bist du auch mal weggegangen und hast dieses Heimweh-Gefühl gehabt? Also als ich Studentin war, da ja, da bin ich immer, wenn ich die A5 mit dem Auto runtergefahren bin und dann kamen die Strommasten und nach den Strommasten kamen die Skyline, dann hat mein Herz geschlagen, nicht wenn ich Bäume, Büsche und Flüsse gesehen habe, ich bin schon, ich bin schon Frankfurter Mädchen. Ja, ja, Heimat ist, weil Heimat, denke ich, ist es ja auch, Heimat ist ja das, der Ort, wo die Menschen sind, denen man sich zugehörig fühlt. Das, denke ich, macht Heimat aus, oder? Und muss man sie verlassen haben, um sie wirklich wertschätzen zu können? Ja. Ja. Denke schon. Und nichts wie weg. Ja, da komme ich einmal außenrum. für Ihre Geduld. Ich würde interessieren, was der Herrmann heute so macht. Ist er noch Schauspieler? Habt ihr noch Kontakt miteinander? Weil das war sehr eng auf der Schule. Ja, so wahnsinnig Freundschaft, viel Kontakt haben wir nicht miteinander, aber ich habe ihn jetzt in München bei der Premiere der wieder aufgearbeiteten neu digitalisierten Zweiten Heimat getroffen. Wenn wir uns sehen, sind wir uns wieder so nah, wie wir uns im Film waren. Wir haben auch ein leicht respektloses Verhältnis zueinander. der Henry, der macht alles mögliche. Er inszeniert und zwar unterschiedlich, Oper und Theater. Er dolmetscht aber auch, übersetzt in italienisch, weil er mal eine italienische Freundin hatte und dann hat er so schnell italienisch gelernt. Ob er spielt, weiß ich nicht so genau. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube eher nicht. Danke. Genau. Okay. Genau. Genau. Gibt es noch weiteres? Ja. Ich komme. Danke. Vielleicht kannst du einordnen, wie es dazu kommt, dass die Hexenpassion einen so großen Raum eingenommen hat in dieser Folge 13. Ich war jetzt doch etwas überrascht, also mit einzelnen Szenen. Das hätte mich nicht überrascht, aber es hat ja wirklich einen sehr langen, sehr großen Raum eingenommen. Kannst du das noch ein Stück weit einordnen? Vielleicht ist das so ein bisschen das, wo die Salome meinte, das sei der feministische Aspekt gewesen. Es schließt natürlich auch das Thema mit der neuen Musik. Ich kann nur sagen, ich war in dem 13. Teil eigentlich, weil das war so, ich denke, das ist dann der Versuch aus diesen Geschichten, die erzählt worden sind, die ja einen ganz großen Fächer aufmachen, die wieder zusammenzuführen am Ende. Und am Ende müssen Clarissa und Hermännchen einer romantischen Idealfolgen zusammenkommen, was ich auch ganz logisch finde. und da geht es so ein bisschen mehr in den musikalischen Bereich, denke ich. Aber auch mit einem Aufwand inszeniert. Das ist ja eigentlich ein eigener Film, also auch im Abspann ist das ja ein richtiges Feld. Ja, ich empfinde es immer als Theater im Film. Als, wie ein Stück abgefilmtes Theater. Da kann ich wenig zu sagen, weil da war ich nicht dabei gewesen. Da sind ja immer mal wieder Figuren aufgetaucht. Ich habe es ja auch das letzte Mal erzählt, als Edgar da war. Kubrick hat das ja sogar mit Goethe und Shakespeare verglichen, dieses Gesamtwerk. Und ich denke, da sind solche Elemente natürlich auch immer mittragend bei diesem Urteil. Und umso bemerkenswerter, dass das umsetzen konnte, weil auch da, ich weiß nicht, wie viele Fernsehsender es sind. Ich habe glaube ich 16 gezählt. Da weiß ich aber, dass es da in der Stelle auch genau, dass es da große Zweifel gab. Da gab es immer Diskussionen darüber und so weiter. Du hast deinen Auftritt in diesem Zirkuszelt, ganz kurz in dieser letzten Folge. Das ist aber auch schon eher so eine Geisterfigur. Wie deutest du die? Ganz ehrlich, die Geisterfiguren sind schön, aber ich liebe auch einfach die erzählerischen Passagen. wo Edgar den Fortgang seiner Figuren erzählt, was mit denen passiert. Und wenn dann die Geister mal so gerade auftauchen und mal aus dem Spiegel rausgucken oder mal so reinhauchen, dann kann ich sehr viel mit anfangen. Aber ansonsten gefällt mir das Erzählerische finde ich immer das Spannendere. Apropos Spiegel, weil du vorhin sagtest, ihr hattet viele Freiheiten, aber es gibt so viele Bilder, wo man dann die Personen noch mal zusätzlich im Spiegel oder gar mehreren sieht. Da ist es dann natürlich total essentiell, dass ihr vorher genau wisst, wohin ihr treten müsst, damit dieses Bild entsteht. Also so große Freiheiten hatten wir da nicht gehabt. Ja, klar. Also da gilt die Devise, wenn du die Kamera im Spiegel siehst, dann sieht sie dich und ansonsten siehst du, dass du nicht außerhalb des Bildes bist. Ja, ja, nee, nee, das war klar. Das ist klar. Dankeschön. Ja, warten Sie aufs Mikro kurz. Nee, nee, weil wir zeichnen es auf, sonst hört man sie nicht. Kleinen Moment. Ich beeile mich auch. Wann war denn genau der, wann war es genau abgedreht, weil Sie sagten, es wäre so lange Zeit, bis es dann uraufgeführt wurde. Wann war denn das eigentlich, dass es... Ich habe die Jahreszahl jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass die, dass die Drehzeit über fünf Jahre sich gezogen hat. Also, dass wir erst die Folgen, oh, eins bis acht oder bis sieben gedreht haben und dann war mindestens ein Dreivierteljahr Pause und dann wurde weitergeschrieben, weil Edgar in der Zeit, der guckte sich eigentlich quasi das an, was wir gedreht haben und hat anhand dessen dann die Figuren weiterentwickelt und geschrieben. Und waren abgedreht, das lässt sich alles nachlesen. Ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Also die Drehzeit... Wann war die Premiere, weißt du das? Die Drehzeit war 88 bis 92 und dann Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig. 92, wo es dann witzigerweise den Spezialpreis gab, der hier im Film sogar angesprochen wird. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, da die Figuren dann nach gewissen Pausen weiterentwickelt wurden, ergaben sich da nochmal starke Veränderungen in ihrem Charakter und in den anderen Figuren oder war eigentlich schon von Anfang an ungefähr klar, wo der Zielpunkt der Figuren ist? Das war die Challenge so ungefähr. Wir wussten das alle, dass die Figuren weiterentwickelt werden anhand von dem, was wir bis jetzt gespielt haben. Ich wusste ja nicht, es gab ja keine weiteren Drehbücher, aber ich habe nach den ersten Teilen dann irgendwie die Figur Schnüsschen hat Fahrt gekriegt, finde ich. Also es gab, also am schlimmsten war, als ich dann den Drehbuch gelesen habe, dass Hermann mich betrügt. Das wusstest du nicht vorher. Ach, was ein Mist. Es gibt eine Szene, die ich auch noch ganz großartig finde mit dir, die ist, meine ich, in Folge 7 oder so, wo das Schnüsschen Weihnachten zu Hause feiert im Hunsrück mit der Großfamilie, die hier jetzt in der 13. noch angesprochen wird, da anfangs im Oktoberfest, und das ist eben auch so, dass da so viele Menschen, also es ist eine Massenszene auf engstem Raum, so und gleichzeitig eine Lebensfreude, das finde ich großartig. Erzähl uns vielleicht noch mal so ein bisschen, was hast du davon noch in Erinnerung, was für dich auch diese Szene so besonders macht? Es dampfte. Es war so kalt, dass man den Atemhauch gesehen hat. Ich bin da draußen im Stall gewesen und da war es so kalt, dass man den Atemhauch gesehen hat und dass es dann drinnen in der Stube, so ähnlich wie es im Film kommt, warm war. Und das Witzige ist, ich habe ja da meine Eltern getroffen, ich kannte die ja gar nicht als Person und wir haben gleich innig auf Familie gemacht und ich habe gleich irgendwelche Kinder auf den Schoß gekriegt und so weiter. Und das war schon irgendwie, na so ist es drinnen. Und es waren hauptsächlich Hunsrücker Laien. Ja, 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 ja. Aber die waren mittlerweile schon so affin zu diesem Filmprojekt, weil die erste Heimat ja so ein großer Erfolg war, dass man da mit ganz offenen Armen aufgenommen worden ist. Ja, das habe ich ja auch erlebt. Ich durfte ja drei Jahre Festival im Hunsrück machen und da ist es so, das ist wirklich ein, ja, das ist durch Generationen hinweg, jeder kennt und liebt die Heimat und alle haben irgendwie ihre eigene Familiengeschichte damit. Und sie pflegen es auch total, ne? Sie pflegen es auch ganz, ganz liebevoll, wenn du das Kino da siehst, das finde ich echt wirklich, ach, das ist lebendiges Kino, ne? Das ist lebendiges Film, Filmkunstwerk, was da gepflegt wird, ne? Was passiert, wenn du nach Simmern kommst? Ich werde angefasst. Also du wirst erkannt und geschätzt bis heute für etwas, was vor 30 Jahren gedreht worden ist. Das ist schon sehr besonders. Ja. Toll. Wenn man Heimat, also die erste Heimat nicht gesehen hat, spielt das eine Rolle beim Verstehen jetzt von dieser Heimat 2, weil ich habe das nicht richtig gesehen, das ist im Fernsehen, ist das so eine Art Fortsetzung und da hat das dann nichts zu tun. Du? Ich kann darauf antworten. Also es ist insofern eine Fortsetzung, dass in der ersten Heimat gibt es die Rolle des Hermännchen und der Hermann bekommt seinen ersten Kuss von einem Mädchen, was Schnüsschen heißt. Als kleiner Junge. Da kommt daher auch der Name Schnüsschen vom Küssen oder so. Aber das war ich nicht, ne? Und diese Figur, diese Figur damals, diese erste Kussszene ist weitergeführt worden. Also man kann vielleicht auch sagen, also die gesamte Heimat-Trilogie, also die Heimat 1, die zweite Heimat und dann Heimat 3, sind zusammen ein deutsches Jahrhundert. So wurde es immer gesagt. Also 1900 in etwa geht das los, dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wird mit verhandelt, so nebenbei aus diesem kleinen Dorf Schabach heraus. Dann die zweite Heimat in München, was Edgar Reitz tatsächlich sehr autobiografisch auch nahe stand. Und dann eben die dritte Heimat, die dann 19, kurz nach Mauerfall dann so beginnt, wenn die Amerikaner abgezogen sind und dafür jetzt die russischen, ja, ich nenne es jetzt mal Geflüchteten, dann kommen, die dann eben aus der zerfallenen Servietunion dann in den Hunsrück, in diese leer stehenden Baracken gezogen sind. Und da geht dann die Geschichte von Hermann und Clarissa weiter. Habt ihr vor, Heimat 3 noch zu zeigen, vielleicht hier? Also wenn Edgar sie noch restauriert hat, also das war jetzt auch hier der Anlass, um zu sagen, zweite Heimat ist jetzt fertig, frisch, digitalisiert, restauriert, dann ist natürlich Heimat 3 bei uns auch sehr interessant. Aber tatsächlich würden wir jetzt erst mal warten, bis das passiert ist, nehme ich mal stark an. Aber es gibt eine tolle DVD-Box, also für alle, die das interessiert. Und es gibt noch dazu auch den Film Die andere Heimat. Der vor sieben, acht Jahren vielleicht mit mehreren deutschen Filmpreisen noch ausgezeichnet wurde, der sozusagen dann nochmal die Vorgeschichte im 19. Jahrhundert dann so ein bisschen darstellt, wo auch in Schabbach erzählt wird und ja, wo ein junger Hauptdarsteller auch sehr verträumt, dem Hermann nicht unähnlich von der Ferne von Brasilien träumt und dahin auswandern möchte, weil der Hunger im Hunsrück grassiert. das ist dann tatsächlich auch nochmal große Filmkunst gewesen. Ja, willst du was ergänzen? Ja, das ist auch ein ganz, ganz, ganz großartiger Film. Kommt dann auch Marita Breuer wieder vor, dann zum Beispiel. Jetzt noch weiteres von ihrer Seite. Ja, ich komme zu ihm. Nochmal von einer ganz anderen Ecke. Könntet ihr filmästhetisch das, was man hier gesehen hat, das einordnen? Weil also mich überwältigt das Panorama von Stilen, von Erzählarten dabei. Könnt ihr dazu irgendwie was sagen? Denn das ist schon sehr ungewöhnlich. Diese Handschrift, es fällt nicht auseinander, aber es hat so unendlich viele abwechslungsreiche Momente. Also ich sage immer ganz simpel, heute schwärmen alle immer so von Netflix-Serien, dass die horizontal erzählt sind und so. Also sprich, alle Figuren in die Breite und hier sehen wir, wo es erfunden wurde. Edgar Reitz hat es zuerst gemacht. Und dadurch entstehen halt auch die Möglichkeiten, ganz viele Stränge, ganz viele Erzählhaltungen auch zu jeder Figur zu entwickeln. Also ich glaube, da kann man auch tolle Bücher zu lesen, auch von Thomas Köpner zum Beispiel, der das ja durchaus toll umgesetzt hat, wie man das deuten kann und Farbkonzept. Wir haben viel gehört. Wer nicht da war letzte Woche, Edgar Reitz hat gesagt, weil nachts das Leben spielt, sind die Nachtszenen in Farbe und die Tagsszenen, die sind in schwarz-weiß im Wesentlichen. Na und was man natürlich jetzt nochmal von der anderen Seite betrachten muss, das Ganze ist ja noch gedreht worden zu einer Zeit, wo es die, wir haben nicht mit einer digitalen Kamera gedreht, wir haben nicht mit so einem kleinen Ding gedreht, was an so einer Steadicam hing und dann mal lustig durch die Räume ging, sondern wir haben richtig mit großen Kamera gedreht, mit Dolly, wir haben immer gesagt, Eisenschwein, wo es durch die Gegend gefahren wurde, wo Schienen gelegt werden mussten. Das ist aber ein, wirklich ein technisch ganz, ganz großer, ich finde aber auch, so ein handwerklicher Aufwand, der beachtlich war. Also da und da dann gewisse Fahrten hinzukriegen und so weiter, das ist schon auch große, große, große Kamerakunst. Darüber kann ich mich echt nur anschließen. Ja, hier ist noch eine Frage. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank. Die Vorrednerin, die auf die Hexenszene, das Hexendrama da angespielt hat, hat mich auf eine Idee gebracht, warum das so viel Raum einnehmen soll. Es wird ja auch die Helga da gezeigt, die bei der RAF landet, und mit dem Argument, jetzt werde ich endlich gebraucht. Und im Grunde genommen ist das, was Clarissa macht, ja ein Kontrast. Sie bleibt sich selbst treu und bleibt sich auch treu in der Verbindung mit dem Hermann. Es ist keine klebrige Beziehung, sondern das ist etwas, naja, Two Souls Made in Heaven oder so etwas. Also ich glaube auch, dass wenn von Edgar überhaupt der Titel für den Teil 13 gewählt war, dann heißt er doch Kunst oder Leben. Und Hermann bleibt also noch Zeit, also er nimmt sich Zeit, weiter nachzudenken. Und bei Clarissa habe ich auch die Vermutung, dass sie und wie sie mit ihrem Projekt durch die Lande zieht, mit Erfolg, ihn auch inspiriert hat. Und so vielleicht der Bezug und die Wichtigkeit zu dem Hexentheater zu sehen ist. Ja, vielen Dank. Finde ich sehr spannend, weil das Thema kombiniert ist natürlich auch mit dem Thema der Flucht, was sich ja durch diesen Film zieht. Alle Figuren sind irgendwie am Fliehen vor etwas. Bei der Raff natürlich ganz auffällig, aber auch der Hermann natürlich. Im Grunde auch Schnüsschen ist ja am Fliehen vor dem alten Leben und zu etwas Neuem. Also das ist ja schon etwas, was sich durchzieht. Auch, dass da alle so Getriebene sind. Naja, und das mit Hermann und Clarissa, das ist doch schon ein bisschen das Motiv von romantischer Liebe. Die größten Lieben sind die unerfüllten Lieben. Wenn sich die Lieben erfüllen, dann werden sie Alltag, oder? Ist das jetzt unser Schlusswort? Oh, nee, das ist aber ein böses Schlusswort. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Diese Kinoliebe hat sich erfüllt. Anke Sebenig, heute hier bei uns in Frankfurt. Die zweite Heimat, einen halben Monat lang. Der Applaus gebührt genauso Ihnen, die sich diese 13 Filme hier angeschaut haben. Danke, liebe Anke, fürs Kommen. Alles Gute. Vielen Dank.